Butterkuchen statt Popcorn, Kaffee statt Cola. Einmal im Monat gibt es in den Kinos Fechter, Dammel und hier in Lohne einen Kinonachmittag speziell für Senioren. Dabei arbeiten die Kinobetreiber mit den Maltesern zusammen, die dann alle ehrenamtlich das sogenannte Filmcafé auf die Beine stellen. Um die 90 Besucher kommen in der Regel in Lohne an dem letzten Donnerstagnachmittag im Monat zusammen. Die Filme werden auf die Zielgruppe abgestimmt und der Kuchen wird in diesem Fall von einer Bäckerei aus Lohne kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Film mit besten Absichten steht dieses Mal auf dem Programm. Na dann kann es jetzt ja losgehen.